Diese Charaktere sind mal echt unglaublich. Ich meine, die Dieben, okay, die ist normal und kann man ja richtig als, äh, nein, Helden nicht, aber mit der kann man was anfangen. Er hier, was für eine Kindheit und was für ein Klischee-Trottel und er, abgesehen von Frauen beeindruckend, kann der ja mal nix. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na gut. Äh. So, machst du das? Auf. Zieh mich hoch, du was auch immer Teil. Autsch. Äh. So, jetzt. Was zur Hölle war das? Sind wir hier beim Hammerwurf? Hä? Okay. Okay. Wie soll's? Irgendwie will er nicht an dem Balken festhaken. Ops. Okay. Ach, wie sei ich darauf nicht vorher gedacht? Ähm. Nein, das war falsch. Sehr schön. Jetzt mach ich... Ops. Mist. Ich kann das jetzt... Ich muss das auch wieder hochbringen. So ein Schieß. Moment. Hier hin und... Reicht's das oder muss ich tatsächlich... Nein. Nein, nein, nein. viel zu kurz. Okay. So, wenn wir den nochmal... Nein, nicht drehen. Und du sollst erst recht nicht springen. Und... Ah, wie stehst du denn eigentlich? So. Weg mit dir. Stimmt, ich konnte die auch irgendwie auflösen. Da war was, glaube ich. Nicht drehen. Ja, mach mich so. Nein. So. Nein. Toll. Was hilft mir das denn jetzt? Nehmen wir erst mal das. Letztendlich macht man es dann doch so. Okay, da sind Balken, aber ich sehe nichts, woraus ich da machen kann. Ähm. So konnte ich die zerstören. Interessant. Ähm. So, und mehr Gegner. Nicht mehr Gegner? Ein Gegner? Ist ja langweilig schon. Ah, das ist interessant. Interessant. So, komm her. Ab in die Stacheln. Wunderschön. Wow. Das ist unfair. Und was ist das schon wieder für ein Schloss und... ...in einem Dungeon und... Oh, gepanzerte kommen inzwischen. Halten aber auch nicht so viel mehr aus. Ich meine, da sind... ...halten ja die Schildteile mehr aus. Und wofür diese ganzen Räder? Ja, das macht doch keiner. Ah. Und noch mehr Gegner. So, war es das jetzt? Ah, irgendwas ist da oben noch. So. Gott, danke. Hallo? Ach, das sind Eisenteile. Hier, an die ich mich nicht dranhängen kann. Ist ja unfair. Ähm. Das war so nicht ganz geplant. So ganz bin ich noch nicht sicher, was ich jetzt gerade hier machen will. Ich lege ich zwar da hin, aber... Ähm. Gut, es hat gereicht. Shit. Also nochmals Ganze. Öp. Und hepp. Gehen wir hier hin und haben wir die Sprung da gespart. Äh, was kommt jetzt? Timing-Spielchen? Soll... Will ich hier drauf gehen? Nicht so richtig. Ähm. Ähm. Ja, es... Puh. Ähm. Leute? Die Stelle ist gerade mal übel. Vor allem, wo die ganzen Teile jetzt da... ...im Weg sind. Puh. Puh. So, für einen Moment bin ich... ...da durch. Ich weiß aber nicht, wo der letzte Checkpoint war. Ah. Luft holen, Luft holen, Luft holen. Bevor ich weitermache. Ah, stopp. So. Und jetzt das Ganze nochmal. Die Zeit... So ein Scheiß. Die Zeit reicht nicht für einen Pfeil. Sehr gut. Ich wüsste auch nicht, wie ich... ... ihn sonst da hätte rausbekommen. Weil sie im Nahkampf da reinspringen mit so wenig Leben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee gewesen wäre. Oh Gott. Und vor dieser ganzen Sequenz war kein Speicherpunkt? Ah, okay. Hier trotzdem oben lang. Da war es schöner. Na ja, machen wir das Ganze nochmal. Boah, die scheiß... ...Teile. Und... ...Durch das Feuer werden die wecke. Und kann ich dich... ...durch das Feuer werden die wecke. Ja, super. Ich dachte, die würden nicht hängenbleiben. Wie sollten sie auch hängenbleiben? So. Schon besser. Auch wenn der Krieger natürlich super wäre jetzt mit seinem Schild. Oh Gott. Oh Gott. Hör auf, da runter zu fallen. Ja. Danke. So, jetzt warten wir, dass das hier wieder hochgeht. Und... Gott. Wie ist das? Das ist mal ein bisschen eherter. Ach, das ist immer noch nicht unten. So, die zwei blockiere ich da schon mal gut. Ach, hier war ein Speicherpunkt, jetzt sehe ich's. Ne, der Speicherpunkt war nötig. Nein. Wo... Wo bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Das sieht auch nicht direkt wie Secret aus, oder? Töte mich wenigstens. Ich kann doch nicht zaubern. Ich kann zuschlagen. Äh, ja, ich bin aus dem Level gefallen. Zum Glück war der letzte Checkpunkt hier. Trotzdem. What the fuck? Jetzt will ich nochmal gucken. Irgendwo. Hier bin ich rein, oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß nur, dass ich auf einmal weg war. Ich dachte im ersten Moment, ich hab ein Secret gefunden. Es ist schwer, ihn hier zu treffen. Und nicht durch die ganzen Kettenglieder abgehalten zu werden. Wie komme ich hier generell durch? Ich könnte natürlich... Äh... Timing und so. So. Und jetzt so, oder durch? Ich fange jetzt wieder zu ihr. Schießen. Ich bin gerade eigentlich im Gefängnistrakt. Okay. Ich gehe erst weiter und... Aktiviere das Teil. Danke. Und der... Like. Also... пос절ate. Wie ging es wieder... Wie wissen wir?